Ja, es sind zwei Tage bis zum Kielpäppig. Die Nervosität und Anspannung steigt langsam zu einem von den Highlights im Jahr. Und ich denke, wir sind bestens gerüstet. Seit Dienstag ist das gesamte Team da. Ich bin schon länger da im Trainingslager hier in Stellenbosch, um mich einfach an die Hitze anzupassen, zusammen mit dem Vincent Thorne und Tristan. Und eine Zeit lang, auch mit dem Jochen, habe ich bestens trainieren können. Die Handgriffe laufen alle Hand in Hand. Das Team unterstützt uns Fahrer bestens. Im Moment müssen wir uns nur aufs Rad setzen, können wirklich das Maximum rausholen. Ich denke, wir sind bestens gerüstet für den Prolog am Sonntag, wenn es endlich losgeht. thanked die Hopping der Nervosität und Leg Computer. C första Wasser fällt über du M Greece zu uns jeden Tag. Im Moment müssen wir uns wieder etwas ise, dass Kielpass dasinnerl ist, im Moment des Tier einen staatlichen Sprache durch den Ausgustarent zu sein. Ak23, sowie einen Ausgustiert den Prologen zu klisten Abflüchten,